Yo Leute, wie versprochen mein, ähm, Dingens, nächster Part von Pokémon Smaragd und ja, wir waren hier stehen geblieben nach dem Epic Battle of Arena Leiter und ja, äh, wir haben noch genau bei 14 Minuten, was weiß ich, 56 Uhr, so haben wir ihn noch geschlagen und ja, besiegt ist der Kamelo. Also, ja, wir gehen mal hinaus und, äh, ja, wir müssen noch was erledigen und zwar dem Brief nach zu, Dings, wie, was, äh, was weiß ich, äh, also zu Troy bringen, was jetzt, heilen wir mal die Pokémon nach diesem schrecklichen Kampf, nein, aber ich fand's eigentlich ganz lustig, am Ende da, äh, fast wär mein Video zu lang gewesen und das wär dann nicht gut. Ja, und jetzt haben wir, ah, Abra haben wir, das ist so ein Sklave für Blitz, aber, 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 Moment, Troy, war da, ja, Form 05, Ah, das ist überhaupt nicht gut, das ist gar nicht gut und selbst wenn, ja, ich überlege gerade, nachher für ein Elektro-Orden, was soll ich da überhaupt machen und, äh, ja, das ist ja nicht so wichtig, aber, Scheiße, wenn ich dem jetzt Blitz beibring, ne VM, wo ist denn hier der Typ, der VMs vergessen lässt? Ja, Green bring ich sie nicht bei, äh, okay, das war wieder oberschlau von mir, ey, ich hab ne Idee und damit können wir jetzt diesen ganzen Part, hab ich den ganzen Part was zu tun, es war wirklich ne dumme Idee, aber, Moment, ich guck mal, okay, 13 Minuten habe ich das, Scheiße, hier gibt's nicht mal ein Po, fuck, ja, äh, okay, ich hab ne ganz großartige Idee, ich geh jetzt hier so lang und bei wichtigen Stellen, denn, das ist, ich wollte jetzt eigentlich pausieren und dann sag ich, bei wichtigen Stellen komme ich, Moment, hier ist ein Item, guck mal, ich hab noch kein Pokémon angegriffen, das ist gut, so, jetzt gehen wir hier runter und, Scheiße, jetzt ist es ohne Blitz, okay, ich, äh, ich lass den Part zu, ich mach das jetzt einfach, weil ich, äh, ja, halbwegs weiß ich, wo es lang geht, aber, Moment, hier runter, Item, äh, ich hab das vor lange nicht mehr gespielt, geht's hier lang, ne, hoch, hoch, warte, hier geht's, hier muss es lang gehen, rechts, Okay, unser erstes Pokémon, und hier können wir uns gleich ein, äh, richtig gutes für in nahegelegener Zukunft fangen, uns ein Dings aneignen, Stull, Stullunio, das ist eigentlich ein ganz gutes, nachher Stullus und so, Ja, äh, hier geht's runter, auch wichtig und gut, schon mal hier sind, äh, ja, ich hab das Gefühl, ich schaff das noch, ja, hier ist so ein Stullunio, Und wie ich es so will, natürlich männlich, das finde ich nochmal richtig obergeil, das ist, ich mag männliche Pokémon, also nicht so wie ihr das jetzt denkt, ne, nicht dass ich, nein, aber, äh, weibliche sind nicht so mein, What, das war ja richtig geil, ich hab's richtig gut geschwächt, so, und jetzt, ähm, los Pokéball, schauen wir mal, Pokéball, Pokéball, es bleibt drin, ne, komm, 1, 2, 3, und ich hab ein Stullunio, wurde gefangen, Äh, ich kann mir kein, äh, ja, ich bin zu arm, kann mir kein Spiel-Sound leisten, muss immer selber machen, Ja, äh, ja, stimmt, jetzt sieht's sogar gut aus, jetzt weiß ich nämlich, glaub ich, sogar, was lang geht, und, äh, was ist das, so, Nein, ich brauch nur ein Stullunio, das ist weiblich, und Level 11, Kugel-Sort-Attacke, Wow, das zieht weniger, als ich gedacht hab, aber wenn das jetzt trotzdem öfters, Scheiße, ich wollt's besiegen, Äh, ja, komm, dieser Part ist schon, das heißt, genau, Ja, okay, ich schaff das wahrscheinlich noch, bis Mr. Tromm da zurückkommt, So, äh, jetzt wird's Zeit, Allerhöchste Eisenbahn, meinen, Schutz einzusetzen, Äh, jetzt, keine Bock, kein Bock mehr auf Pokémon, Ich weiß, jetzt ist auch, glaub ich, wo, Wo war dann das andere Ding, ich glaub, ich weiß jetzt, Ja, ohne Blitz, das ist scheiße, aber, Wenn ich was Wichtiges vergessen hab, egal, es ist, Hier liegt, ähm, Ein ewigstein bei dem Stein, Ja, normalerweise macht man was mit Blitz, Und ihr selber macht, dann werdet ihr sehen, Es ist alles ganz anders, Und da kriegt man richtig Licht, Ja, jetzt geht's hier hoch, Ah, ja, jetzt hab ich's, jetzt geht's hier hoch, so, Und jetzt sind wir gleich bei Troy, Schutz wirklich mehr, Okay, mal gucken, wie viele verdammte Pokémon uns jetzt noch angreifen, BAMS, Nach neun Minuten, noch was, Ja, ich muss jetzt immer auf die Uhr gucken, Am Anfang bei den Parts ging's ja so, aber jetzt, Meine PC-Uhr ist am Arsch, Und ich mach das alles noch nachher so, Troy, ja, das ist Troy, Mein Name ist Troy, Ich sammle seltene Steine, Daher gehe ich immer mal wieder auf Reisen, Oh, ein Brief für mich, Juicy übergibt Brief, Und, ähm, okay, Dankeschön, Du hast all die Beschwerlichkeiten auf dich genommen, Um ihn mir zu bringen, Ich muss mich bedanken, ehrlich, Ich werde dir diese TM bekommen, Und wir kriegen TM 74 Stahlflügel, Heißt die TM, Ja, äh, die werde ich jetzt, Ja, erst mal kriegen wir Troy ins Pokkenab-Verzeichnis, Und ich werde Steine Flügel jetzt nicht Schwalbini oder so beibringen, Kann man natürlich machen, Äh, die TM setze ich irgendwie nie ein, Und, keine Ahnung, Nachher Panzer, Ronde oder so, Der lernt das, glaube ich, Ja, mir fällt auch nicht ein, wo ich die Einzel, äh, Für wen ich die beibringen sollte, Und so, Ja, das ist jetzt ein bisschen Scheiße, Hier, äh, Aber ich werde nicht Dings, Wie heißt das, Fluchtseile einsetzen, Das einfach, Irrsinnig ist, Einfach Schwachsinn, Ey, wir kommen hier jetzt raus, Komm, ein Pokémon greift mich nach an, Ja, dieses, Und dann bin ich jetzt auch draußen, Hallo, wehe, Makuhita Level 9, So, Ähm, So, Und jetzt geht's auf, Nach Mr. Trump zurück, Wir haben die, Mission, Mit, Bravour, Oder wie das heißt, Also auf jeden Fall haben wir's, Blütenburg City, Wir haben's, äh, Geschafft, Haben's, Haben die Mission erfüllt, Und ja, Jetzt geht's ab, Nach, Blütenburg City, Und von da, Wieder durch den Wald, Und, oh, Scheiße, Nicht wieder durch den Wald, Ey, Es kotzt so an, Ja, äh, Was tut man nicht, Alles für, Ne, Pokémon, Und ja, Genau, Ich hab, äh, Jetzt die Idee, Und zum Elektron, Und im gesamten Spiel ist das, Ey, wir rufen ja, Mr. Trump, Piep, Felicia, Ach, die, Camillo hat mir, Ja, 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 Was jetzt, Ich denke aber nicht, Das ist, Das ist, Hä, Ach so, Äh, Felicia, Die Arena-Leaderin vom ersten Ohren, Ach, Die hab ich jetzt auch im Pokkenhaft, Ja, Die hat gesagt, Hier, Ne, Camillo hat sie angerufen, Und ich hab gewonnen, Und die wir schon, Ja, äh, Durch den Wald wär ziemlich, Äh, Nicht so gut, Scheiße, Wär das, Flüchten wir mal, Und, Jo, Weiter geht's, Weiter geht's, Hoch, 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 Links, 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 Und jetzt, Through the Grass, Oder so, So, Jetzt haben wir all das ganze, Viele hohe Gras hinter uns, Und, In meinem, Ah, Ja, Genau, Hier geh ich nochmal hin, Hier ist, Scheiße, Ich hab keinen Zerschneider, Aber da war's Item, Äh, Ich wollt jetzt sagen, Gegen die zwei, Da hab ich schon gekämpft, In meinem Freestyle Shit Dings Video, So, Olo, 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 Jetzt gehen wir hier rein, Und wir dürfen jetzt, Hier hinten, Hoch gehen, Und, Äh, Geh nochmal ins Büro, Von Mr. Trump, Mal gucken, So, Mein Freund, Ja, Und jetzt würd ich sagen, Für die Elektro Arena, Fürs gesamte Spiel, Kadabra ist nicht verkehrt, Das ist richtig gut, Und, Simsala kriegt man hier ja nicht, Kann man nicht tauschen, Und wir werden jetzt auf jeden Fall den EP Teil erhalten, Das heißt, Wir können A Brauch trainieren, Obwohl es nur Teleport kann, Da stand's, Wir haben ihn erhalten, Ja, Ja, Und, So, Der dritte Orden ist ja Elektro, Und anders wie in diesem Motherfucking Feuerrot, Gibt's hier, Glaub ich, Zum Ersten gar keinen, Ne, Doch, Stolunio wär hier nur, Äh, Aber das ist mir jetzt, Ne, Hab ich keinen Bock und so, Aber ich werd, Äh, Mit Abra, Äh, Mit Kadabra nachher, Wenn ich da bin, Hab ich einen Kadabra, Und, So werd ich meinen Orden machen, Auf jeden Fall nicht mit so einem Bodentypen, Und, Was sagt die Zeit, Ja, Fünf Minuten noch, Das reicht uns, Das reicht uns locker, Um bis nach, Graphit Port zu kommen, Ihr habt gesehen, Man kann, Auch, Ohne Blitz, Und ohne normalen, Was weiß ich, Spielverlauf, Ja, Ich, Ich, Wollte's jetzt Abra nicht beibringen, Und keine Lust, Und, Ja, Hier hinter ist, Hier hinter ist, Glaub ich nur X Verteidigung, Oder so, Ja, Glaub mir, Ihr könnt anderes Let's Play, Oder so sehen, Da seht ihr es auch, Das ist unnötiges, Nebenitem, Werde ich mir erst gar nicht holen, Ah, Da oben, Da oben, Da oben, Wo die Bäume waren, Ja, Jetzt bin ich schon längst dran vorbei, Da war, Da war ein schönes Item, Da war so eine Frau, Die einen, Dings gibt, Wundersaat, Oder so verstärkt, Ja, Scheiß jetzt, Ist alles zu spät, Und, Ja, Egal, Hab ich überhaupt Zerschneider, Ja, Hab ich aber kein, Kein Sklaven, Oder hab ich schon, Zickzass, Ja, Ich, Check gar nichts mehr, Auf jeden Fall, Ähm, Wir fahren, Wir fahren, Segeln, Schippern, Nach Forstauhafen, Und, Jetzt sind wir auch gleich, Da, So, Äh, Jetzt labern wir den Typen nochmal an, Und, Fahren diesmal, Nach, Graphitport City, Yeah, Eine neue Stadt, Und zwar diesmal geht's nach rechts, Keine Ahnung, Ob man da zu Osten sagen kann, Aber, Ja, Irgendwie fahren wir hier lang, Hier lang, Und, Das ist hier eine gut, Besegelte Rute und so, Ja, Was soll man sagen, Und da waren ganz viele Leute, Und, Yeah, Äh, Hier müssen wir kämpfen, Hier müssen wir, Ganz viel kämpfen, Und, Das werden wir gleich mal tun, Ein Matrose, Hä, Achso, Jetzt will er kämpfen, So, Sorry, Wenn ich immer mal auf die, Zeit guck, Aber, Ich bin mir da nicht so sicher, Na gut, Äh, Bingeal hat der, Witzig jetzt verarscht, Ich dachte, Du hast mal Scholle oder so, Ja, Okay, Das kann er, Das kann er ja auch nehmen, Ja, Ja, So, Blau, 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 Und, Da war, Äh, Abra erreicht Level 10, Jetzt kommt mal Scholle, Das ist perfekt für unser Schwalbini, Das werden wir auseinander nehmen, Und zwar mit einem Flügelschlag, So, Wenn wir schon den Arena-Leiter damit klein bekommen haben, Schaffen wir die hier doch locker, Und, Äh, Wenn Abra sich entwickelt, Dann wird's so ein, Wie soll ich das sagen, Oh, Ja, Erstmal halt nur Pudersand, Aber auf jeden Fall, Kadabra ist so ein, Für mich immer so ein, Special Pokémon, Wie soll man sagen, Hat nix in der Dev, Und, Wird echt bei schwachen Attacken, Oder so stark getroffen, Also, Bei normaler Verteidigung, Aber, Das haut auch rein, Ey, Das glaubt ihr nicht, Ich find Spezialangriff, Das ist so hart, Das ist noch nicht mal ein Simsalider, Also, Das ist ein ganz gutes Pokémon für hier, Äh, Jetzt ohne Tausch oder so, Smaragd, Die Region, Das ist ganz gut, Und, Ja, Äh, Ich werd das wohl, Mal nehmen, Und ich werd's nachher auch mal brauchen, Ich werd's nachher auch brauchen, What, Wer verstärkt sie, What, Ihr seid doch Penner, Ey, Verstecken die sich da unter den Scherm, Und ändern noch Doppelkampf, Ja, Äh, Das sind Hans und Gundula, Darf ich vorstellen, Äh, Kleinkind 1, Und Kleinkind 2, Und Tentach und, Ätzure, Ja, Das wär mit Schwalbini, Ja, Ein Vergnügen, Und diesmal lasst die Abra drin, Aufgrund der, Experience, Die kann unsere Abra gebrauchen, Und gleich ist Schluss mit dem Part, Charme auf Abra, Das ist, Wie geil ist das denn, Bitteschön, Ist echt richtig dumm von, Der, Der da, Dem Azur, Äh, Azuril gemacht, Und ja, Wir lassen Tentache diese Runde überleben, Macht um, Klammer rum auf Abra, Aber wir werden erstmal Azuril weghauen, So, Das hat uns beide umklammert, Kann uns also nicht mehr so viel tun, Ja, Ihr werdet gleich sehen, Das wird sich halbwegs gut lohnen, Mit den Expedor, Weil, What, Wow, Okay, 14 Minuten, Äh, Jetzt, Hallo, Wie schnell geht diesmal so ein Part rum, Hä, Das ging wirklich schnell, Was haben wir denn gemacht, Troy den Brief gebracht, Und bis, Ja, Ganz toll, Aber, Hallo, Ja, Nach dem Kampf, Äh, Werde ich Part beenden, Nach, Äh, Erstmal jetzt später auch laden, Also, Wenn ihr, Den jetzt seht, Ist das Video schon, Drei Stunden oder so, Fertig gerendert, Und HD und alles, Ich lad's, Ja, Er ist heute Abend hoch, Und so, Und, Ja, Äh, Weil, Ich hab da noch was zu tun, Das ist, Spezielle Zwecke, Okay, Warte, Ich lass die Uhr so wie im letzten Video, Ja, Noch, Äh, 15 Sekunden, Toll, Ey, Wie soll man sagen, In jetzt dem Part, Und letzten, Bin ich ganz schön am Arsch, Immer an den falschen Gelegenheiten, Muss ich beenden, Äh, So Leute, Wir sehen uns dann im nächsten Part, Und ich mach den hier am Strand weiter, Und das Sprudelhaus, Und den Kampf werde ich jetzt schnell beenden, Und bis nächsten Part, Tschüss!